Scheiße! Kacke! Legt auf Schrott an! Oder mal schönen Tag im Studio haben. Erstmal machen wir die Lok an. Am Anfang knuspert das noch immer so schön. Das Bier muss erst mal kalibriert werden. Prost, Volker! Die wird besonders lecker. Nach so ner Zigarette hast du gleich das Gefühl, du hast ne ganze Schachtel in den Toss. Aber die Dinger dreh ich mir nur im Studio. Hier darf ich immer nicht so viel rauchen. Sonst gehen die Kondensatormikrofone kaputt. Schön komprimieren. Das dauert ne Weile, aber lohnt sich. Die zieht sich aber. Drückt richtig schön in der Fresse. Erstmal rauchen auf Open Air. Das dauert ja immer so lange bis ich warm wird. Let the groove on. Come on then, let the groove on. Let the groove on. Let the groove on. Ich muss hier immer die Türen aufmachen. Und hin und wieder mal Luft drauf und komm' lassen. Wegen die Mikrofon-App. Was steht da denn alles hier? Die Scheiße, das versteht doch kein Mensch. Lass mal einer rauchen. Das könnte mein neuer Lieblingsplatz werden hier. I got nothing to do, außer saufen mit der Gang. Nüchtern sein ist hier tabu. Digger, bring mir ein Getränk. Ich rauch erstmal eine. Manchmal sitze ich hier ganz entspannt mit meinem Orgel-Olaf und dann schütten wir uns schön an den Helm und Orgeln bisschen auf dem Bild rum. Olaf, gete gete, 1, 2, 3. Im Hafen von St. Pauli, da stellen wir uns ein Reih. Und das wird ne Kauli. Kein Reih. Scheiße. Und da soll doch mal einer sagen, ich arbeite nicht. Richtig was geschafft heute.